hallo und herzlich willkommen zurück zu let's play horizon zero dawn letztes mal sind wir erwachsen geworden und jetzt sind anscheinend zwei tage vor der vor der erprobung und davon vor der krieger prüfung und ja jetzt haben wir neue fähigkeiten bekommen fähigkeiten drei jäger krieger sammler reisender jäger maschinen zu erledigen oder größere gegner so ist nicht ihr tag das ist gut okay während des springens oder rutschens verlangsamt sich die zeit das ist auch gegen er lassen nach einem sturz oder sprung ist völlig lautlos alter das ist auch krass verwende beim zielen denke es denn um zeit zu verlangsamen ist auch cool drücke für einen angriff genau das wusste ich noch dass das geht genau das habe ich ja bei der letzten oder vorletzten folge versuch zu machen leichte sperrangriffe schlagen wahrscheinlicher rüstung und bauteile ab sammler locker mit im werkzeugmenü ein gegner zu seiner position als ziel wird der gegner gewählt der am nächsten und im zentrum des blickfelds schnelle heilung aus dem medizinbeutel zusätzlichen natürliche rohstoffe beim sammeln scherben plündern 30 ressourcen um modifikationen in 50 prozent ihrer metallschirmen wert ok schnitz experte heute knochen und linsen und herzen zu erbeutung resourcen inventar plätze ok schlag von oben lande dann natürlich auch cool ist auch cool was ist das ok denn du bist schwerer sichtbar schlag von unten starker schlag für eine lange auswahl gedrückt oder drücke kurz um ein kurzer auswahl ok damit kann ich ja schwere waffen tragen kritischer treffer vielleicht mehr der match ist auch sehr gut schlagen viel wahrscheinlicher rüstungs dinge ab heute kenne aus heute ein entschärfen munitionsbauer bastler und ausbeute gut ich werde auf jeden fall stillen schlag erst mal machen schlag von oben ist auch gut aber ich mache das da also dass er sich ja die ko gegangenen ja auch ausbeuten kann unauffällig das ist auch stille landung schnelle heilung zusätzliche natürliche rohstoffe der lege ressourcen okay das ist geil das ist cool wäre kann maschinenausrüstung auch abschlagen genau genau gut wir wollten doch heute jagen gehen warum ist er nicht hier du siehst doch seine spuren kann ich seine spuren zu sehen du siehst ihn ja das macht er hier oben ja ein tag vor deinen kurzen prüfung wahrscheinlich kommt ach komm der genieße einfach den geilen ausblick du bist hier was soll die verzögerung nein gut dass ich spuren lesen kann ist alles in ordnung natürlich dass du allein sein nein wir müssen reden ich habe über dein training nachgedacht du kannst jagen du kannst überleben aber ich fürchte eine lektion fehlt noch willst du sie jetzt lernen natürlich ich lerne alles was du mir beibringst hier gab es kürzlich ärger das gibt uns die chance für diese lektion doch sie ist gefährlich sei vorbereitet oder du stirbst geh ins becken hinab und jage bist du die teile für feuerpfeile hast feuerpfeile von welcher art ärger sprechen wir hier wenn du die teile hast treffen wir uns hier am tor hinter dem dorf mutterherz das nordtor am rande der umfassung ja mach dich auf den weg also sehr großen ärger ich hole die teile noch was ist sonst noch etwas mit dir ich frage mir geht's gut nach der erprobung was passiert ist klar du wirst in den stamm aufgenommen und ich bleibe ein ausgestoßener den man meidet selbst wenn der stamm mich aufnimmt es gibt viel zu tun wir reden später darüber okay die sind so süß zusammen ich hole die teile noch was ich besorge die teile aber ich werde auch bei kraft vorbeischauen dieser mann bricht das gesetz wenn er mit dir spricht und ich bin froh darüber ich will eine stolper falle und niemand sonst verkauft dann ausgestoßene dann solltest du sie auch laden du wirst sie heute nacht brauchen können das klingt geheimnisvoll okay wir sehen uns am nordtor ja ich glaube er er will dass er sie verlässt weil er halt weiß dass sie dann große probleme bekommen würde so läuferareal die auf die jagd nach lohe und scherben das ist die stolper falle und das nordtor wahrscheinlich dann irgendwo hier wo man da noch nicht in kumpelnde ruine mutterwacht okay aber ich gehe mal straight nach da weil ausgestoßene können noch nichts wirklich machen so ich glaube wirklich dass er will dass wir ihn in ruhe lassen entdecke lagerfeuer in dem du heran gehst und schnell reist dieses tal hinter mir gelassen das wird sich nach der erprobung ändern zwei tage zwei tage bis ich antworten bekomme zwei tage dann weiß ich wer sie war und warum ich nach der geburt ausgestoßen wurde als ob es dafür eine entschuldigung gäbe na gut dann sammle ich mal die teile für ein paar feuerpfeile ich muss eine herde suchen wird gemacht ich frage mich ja wenn in die ganze zeit die herden und so weiter gejagt werden und ja also und geblündert werden und so weiter wie kann es sein dass hier in diesem tal noch welche gibt also wie platzen die sich fort das ist etwas ich weiß ich noch nicht verstehen äh apropos wie kann ich das wieder end ah einfach okay das geht ja schnell oh guten tag die herren die ignobium noch zwei tage dann weiß ich wie es dort ist so viele leute alle an einem ort dort fühlt man sich bestimmt nie einsam ja ich könnte mir vorstellen dass es für sie wirklich überfordernd wäre ach das ist das ist mein scanner der übersetzt ist gleich woher weißt du wie die die sprache von uns geht also ich meine sie sie hat ja den vorteil dass sie rost hat aber sonst als wir die waren ja wirklich in einsiedler leben ja okay und alle anderen haben sie als ignorierend immer gespannt wie das wird lagerfeuer entdeckt habe ich ein lagerfeuer entdeckt ah ja klar hier ist nichts okay da sehr gut für mich für mich für mich sind es weil das kann ich noch nicht ja die klingen echt süß nein das wollte ich nicht die haben die mich gesehen was soll der da nicht gerade wirklich ganz langsam runter gesegelt ja offensichtlich cool ich bin ein profi also ich habe wirklich keine bedenken für die ich bin echt für morgen komplett vorbereitet cool wieder zurückgeschaut hat so hell was ist dann passiert nice ja oh Au. Ah, okay. Ähm, ich wusste gerade nicht, welche Taste ich drücken soll für den Nahkampf. So, einmal Lohe. Hm. Okay, jetzt sind sie wieder ruhig. Okay. Das war's für heute. Das war's für heute. Ja, so gut bin ich dahin noch nicht. Schau doch nicht. Gut, dann trinke ich mal. Genau, da sind 2-0. Okay, dann habe ich... Oh, der hat mich gesehen. Alter. Ich wollte dich nicht töten. Das hast du dir alles selbst zuzuschreiben. Na gut, auf jeden Fall habe ich jetzt die fertig. Ich rede mit Kars und Falsche um eine Stolperfalle. Und das können wir ja dann gleich mal tun. Ach, es riecht natürlich schon. Was ist das Lagerfeuer? Geradeaus. Warte, ich muss nach da... Ah, das Lagerfeuer habe ich aber schon. Oder? Das ist doch grün. Gut. Genau so wie es... Genau so wie es gibt dann doch. Ich werde meine Stiefel trockenlaufen müssen. Also. Ganz schön. Wieso soll ich jetzt das machen? Ah, die kann ich jetzt schon. Nice. Stimmt und Pfeile waren ja auch. Genau. Kasta hatte ich nur noch eins. Ist mir gar nicht aufgefallen. Da hast du dich. Die Frage ist ja, wie ich jetzt die Brandpfeile ausrüsten werde. Aber wahrscheinlich wird es uns Rost dann schon erzählen. Ja, ich bin ja dabei. Wieso sollte er auf dich warten? So, weil er im Regen kniet. Sieh an, sieh an, sieh an. Wenn das keine Ausgestoßene ist. Urmutter, schütze mich. Dass du mich überhaupt siehst. So wie du in andere Richtungen schaust, damit dich ja niemand beobachtet. Pass auf, sonst verrenkst du dir was. Verschmerzt mich immer, wenn du kommst, Mädchen. So oder so. Vor allem schön, schau. Sei nicht so grießgrämig. Gibt's einen Grund, warum du heute so grießgrämig bist? Nach der Erprobung wirst du Kriegerin. Dann gehst du zu Händlern in Mutterherz. Vielleicht verliere ich einfach nicht gerne Kunden. Händler, die nicht mit Ausgestoßenen handeln, meinst du? Das stimmt. Unsere Zeit der Verbrechen ist vorbei. Glaubst du, ich erzähle herum, dass du mit Ausgestoßenen handelst? Ich glaube nicht, dass du mich verrätst. Aber man weiß ja nie. Mach dir keine Sorgen. Ich verrate nichts. Ja, das dachte ich mir. Aber trotzdem schön zu hören. Wieso sollte ich dir die Freunde verraten? Apropos, warum riskiert er das? Warum riskierst du Handel mit Ausgestoßenen? Jedes Mal fragst du. Wenn du dauernd große Diskussionen führen willst, verschwinde. Weil du früher selbst einer warst, oder? Ja. Ich wurde in einer der Metallruinen jenseits des Beckens erwischt. Stammhütter sagt, ich sei verdorben und gab mir fünf Jahre. Was war da in den Ruinen? Nichts, was ich deuten konnte. Nach der Zurückweisung versuchte ich wieder in Mutterherz zu leben. Aber ich kannte dort keinen mehr und da waren so viele Leute einfach überall. Hier gefällt es mir besser. Hm. Ich entdecke, dass da wird Eloy genauso. Mal sehen. Der einzige, der von unseren Geschäften weiß, ist Rost. Ja, tja. Er kann mich nicht verpfeifen, selbst wenn er es wollte. Ein gesetzestreuer Mann, dieser Rost. Wie erträckst du das nur? Du weißt nicht, warum er ausgestoßen wurde? Ich sagte doch nein. Ich glaube, niemand kennt den Grund. Es muss wohl was Ernstes gewesen sein, ist ja lebenslänglich. Beim letzten Mal hattest du eine Stolperfalle im Angebot. Hast du sie noch? Hab ich. Aber besorg du mir eine Plündererlinse. Was soll ich sagen? Spezialwaffen sind nicht billig. Oh, ich kann zahlen. Ich hab vor kurzem einen Plünderer erledigt. Und die Linse ist perfekt erhalten. Das beurteile ich. Zeig her. Schleuderer. Seilwerfer. Schleuder. Pappfalde. Ungewöhnlich. Diese Waffe erstellt Fallen, die detonieren, wenn der Draht zwischen zwei Ankerpunkten durchbrochen wird. Am besten geeignet für feindliche Patronienwege oder in engen Umgebungen. Kann modifiziert werden. Schleuder. Schleuder. Dieser langsam feuernde Schleuder wirft Elementbomben mit großem Wirkungsbereich. Nützlich um viele in Elementzustände zu versetzen. Seilwerfer. Seilwerfer. Genau. Da kann man die ankern. Also bewegungsunfähig machen. Und der Angriff in den Gefesseln. Maschinen verküsst die Zeit, die sie bewegungsunfähig machen. Okay. Äh. Die Waffe verursacht wenig Schaden und feuert Elementarladung ab. Kann Feinde verwunden. Äh. Kann man... Also verwundbar machen. Okay. Munition wahrscheinlich Elektro. Scharfschussbogen. Uiuiui. Dieser langsam feuernde äußerst zielsichere Bogen eignen sich am besten für den Fernkampf, wenn es auf Präzision ankommt. Das... Sieh gut aus. Äh. Äh. Kaya Schleuder. Diese langsam fallen. Ja. Also. Genau das gleiche. Aber halt jetzt mit äh. Wahrscheinlich Frost und Elektro. Gut. Äh. Dann hole ich mir mal die. Warte. Film abspielen. Ah. Das ist ja cool. Ähm. Kaufen. Cool. Schockfalle. Okay. Jetzt, wo du eine Stolperfalle hast, üb damit mal lieber woanders, okay? Äh. Mein Leben ist aufregend genug, ohne dass ein Haufen Sprengfallen hier herum liegt. Ehrlich. Jetzt sag los. Äh. Äh. Noch was? Bist du später noch hier, falls ich noch was kaufen möchte? Ich bin hier. Und wie immer bin ich an Teilen von allen Maschinen interessiert. Je besser die Teile, desto mehr Scherben zahle ich. Und sieh dir doch auch mein Inventar nochmal an. Wer weiß. Vielleicht habe ich etwas, das dir bei der Erprobung hilft. Gut. Dann schaue ich nochmal. Ähm. Munition. Jägerpfeil. Paket. Aber... Ja. Ne. Die habe ich ja im Besitz. Steinpaket. Fessel. Steinpaket. Schockfall. 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 Ja. Zehn. Ähm. Ding. Nicht. Verkaufen. Ja. Darum. Verkaufen. Ähm. Also dafür bezahlt er viel. Aber ich weiß auch nicht was das ist. Äh. Kann nur von Wächtern erbeutet werden. Und bei. Ist bei. Händlern bekehrt. Geschäfte mit Händlern. Verkauf gegen Metallscherben. Okay. Ähm. Verkaufen. Und nochmal verkaufen. So. Äh. Jetzt Waffen. Outfits. Äh. Warte. Wir kaufen. Ähm. Munition. Fesselt. Paket. Okay. 5 im Besitz. Ja. 5 werden erstmal reichen denke ich mal. Gut. Dankeschön. Immer wieder eine Freude. Gut. Ciao. Ich glaube das war dann wohl alles. Okay. Viel Glück bei der Erprobung. Urmutters Segen und all das. Ich hab was ich wollte. Jetzt auf zu Rust am Nordtor. Gut. Aber erstmal bedanke ich mich. Warte. Äh. Genau. Wähle. Mit. Ah ja. Okay. Okay. Gut. Ähm. Ja. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe euch hat's gefallen. Und äh. Ja. Bis zum nächsten Mal. Let's go. Bye bye. 1, 2, 3. Euch ist ein neues Video. Wir waren sehrlles了.